Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Homefront Revolution. So, damals ich da war, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich... Seth und seine Leute sind in Schwierigkeiten. Gehen wir! Ja, nämlich mit der Verteidigung des Waffenlagers. Ja, die KVA hat das Waffenlager gefunden, was dem Widerstand gehört. Okay, gibt es nichts zum Kaufen. So, dann... Schnappt ihr den Raketenwerfer auf dem Weg nach Elm Tree? Okay. Uh, ein Raketenwerfer? Wir müssen es zum Waffenlager schaffen. Ja, alles gut. Ah, da ist er. Du wirst was Größeres brauchen, Freundchen. Nimm diesen Raketenwerfer, der hat es echt drauf. Na gut. Erreiche jetzt Waffenlager. Ich hätte noch... Kann ich noch Sprengstoff bauen? Ach, mit vielen Batterien. Wenn wir konzentriert bleiben, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen können. So. Auf zur roten Zone. Ich muss noch ein paar Wertsachen verkaufen. Ich nehme mich um Geld. Equipment. An alle Teams, hier spricht Nett. Die KVA klopft an unsere Türen. Wir brauchen Hilfe. Aufsitze. Wir versuchen die Waffen in Sicherheit zu bringen. Ich habe mein Brot und Gleidung. Brot und Gleidung. Wir verlieren alles. Kommt so schnell wie möglich her, wenn ihr könnt. Nett, ich schicke dir Brady und alle anderen verfügbaren Männer. Dana und ich versammeln unsere Teams und kommen so schnell wir können. Haltet durch, wir brauchen diese Waffen. Wir werden unser Bestes geben, Tick. Okay, ich spare mir erst mal das Geld auf. So, ich bin natürlich auf dem Weg Richtung App. Was ist das denn? Ich nehme mal das Motorrad. Oh, das ist ja nicht mal. Das ist ja direkt um die Ecke. So. Okay. Ah, die KVA ist jetzt schon da. Habe ich noch, äh, irgendwelche Dropships zu erledigen? Nebenbei. Äh. Okay. Okay, alles klar. Drohnen zerstömmelter Schmerzflitte und Schockzoldaten. Wir können sie nicht aufhalten. Wir müssen zurückfallen. Wir beladen die Trucks immer noch mit den Waffen. Wir müssen einen Weg finden, um sie länger aufzuhalten. Scheiße. In Ordnung, Nett. Aber ihr müsst von dort verschwinden. Brady. Zum Glück. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen die Nox aufhalten, bis Nett die Waffen auf die Trucks geladen hat. Komm schon mal. Bist du dich anrollen? Überraschung. So. So. Ach, verdammt. Die zweite Fuhre hat mich erwischt. Im Kampf gefallen. Ah, ist okay. Ach, hier bin ich. Ned, wir können sie nicht aufhalten. Wir müssen zurückfallen. Wir beladen die Trucks immer noch mit den Waffen. Wir müssen einen Weg finden, um sie länger aufzuhalten. Scheiße. In Ordnung, Ned. Aber ihr müsst von dort verschwinden. Brady, zum Glück. Wir brauchen noch mehr. Wir müssen die Nox aufhalten, bis Ned die Waffen auf die Trucks geladen hat. Komm schon, Mann. Oh, okay. Scheiße. Schalten Sie aus. Schalten Sie aus. Wirft denn den Bär? Oh, der Widerstück wurde ausgelöscht. Okay, das ging aber schnell. Ich dachte, ich könnte das auch alles alleine machen. Okay, nochmal das Ganze. Ned, wir können sie nicht aufhalten. Wir müssen zurückfallen. Wir beladen die Trucks immer noch mit den Waffen. Wir müssen einen Weg finden, um sie länger aufzuhalten. Scheiße. In Ordnung, Ned. Aber ihr müsst von dort verschwinden. Weitwerfer. Brady. Wir brauchen Hilfe. Wir müssen die Nox aufhalten, bis Ned die Waffen auf die Trucks geladen hat. Komm schon, Mann. Der erste Truck ist weg. Gute Arbeit. Weiter so. Wir müssen Ned mehr Zeit verschaffen. Die Langlappen, Ned, ist wie das Durchhalten. Wir haben da draußen euer Bestes gegeben, Leute. Zieht euch zu mir zurück. Wir kämpfen von hier aus weiter. Okay, ich soll mich ein bisschen zurückziehen. Mit den ganzen Leuten da? Ich brauche ein Motorrad. Hä, okay. Ich kehre zur Mission zurück. Ja. Ich wollte nur das Motorrad holen. Okay, äh, es wird doch mal Zeit für eine Ablenkung. Okay, die haben mich doch noch gesehen, aber jetzt komme ich hier nicht ruhig. Verdammt. Es geht nicht. Es geht nicht. Aber ichCare.. Komm fast ein Stück Fish. Ich bin dir ultrasquietschen. Da sollte man dann arbeiten. De reserves sehen sie gehe. Okay, ich möchte jetzt back Pause. So, klettert doch nicht hoch. Aufschließen, ah, geht doch nicht. Was haben wir da? Gletscher. Hey, jede Menge Fernseher. Und Rechner. Und Monitore. Okay, äh, wie komme ich da am besten? Wie? Zack. Okay. War eigentlich nicht schlecht, die Idee. So, ich lass noch ne Brandbocken los. Okay. War eigentlich nicht schlecht, die Idee. Brennt. Okay, wie viele habe ich noch? Ich glaube, vier, sechs, sieben. Verholen. Okay, die versammeln sich wieder. Okay, die versammeln sich wieder. Okay, die sind nur noch zu viert, oder? Zu fünft. Okay, die schaffe ich alleine. Oh, falsche Rappen. Okay. Oh, falsche Rappen. Okay. Okay. Jetzt muss ich erstmal durchkämpfen. Okay, der steht noch. Okay. Okay. So. Okay. Jetzt kann ich auch nicht mal ein bisschen plündern. So. Ja. Nach dem dritten Anlauf funktioniert das meistens irgendwie alles. Hier noch einmal. Ah, die haben alle reichlich Kohle dabei. Ah, wer weiß, vielleicht ist das der Tageslohn. 5 Dollar pro Tag. Hier geht es. Nicht hier. Brady, komm schon. Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVA hier herein stürmt. Kass. Hier spricht Parrish. Die Norgs schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Sie brechen durch. Zurück. Die KVA stürmt unsere Position. Wir können sie nicht lange aufhalten. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir müssen sie aufhalten, bis diese Trucks fertig beladen sind. Verteilt euch. Verhaltet eure Abschnitte im Auge. Sie brechen durch. Zurück. Verschützt mich zurück. Jutta. 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 Dump check. Okay, wir schaffen die Waffen raus oder sterben bei dem Versuch. Wir haben keine Chance. Wir müssen verdammt nun mal verschwinden. Kommt der eine angerannt. Unfassbar. Ja, ich wollte eine Granate auswählen und da drüber schmeißen, aber nein, der eine kommt direkt angerannt. Ach, herrlich. Finde ich gut. So, nochmal das Ganze. Brady, komm schon. Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVA hier hereinstürmt. Snell, wir nach. Hier spricht Parrish. Die Norgs schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Sie brechen durch. Zurück. Die KVA stürmt unsere Position. Wir können sie nicht lange aufhalten. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Wir müssen sie aufhalten, bis diese Trucks fertig beladen sind. Verteilt euch. Behaltet eure Abschnitte im Auge. Sie brechen durch. Zurück. Beschützt die Trucks! Das selbe tut mir leid, aber der kommt nicht durch. Es gibt keinen Weg zu euch. Erinnert, wie sieht es bei dir aus? Sie kommen einfach nicht durch. Überall sind Luftschiffe. Wir müssen uns zurückziehen. Scheiße! Verdammt, Jack. Okay, wir schaffen die Waffe raus oder sterben bei dem Versuch. Noch ein Truck. Wir konnten einen Großteil der schweren Geschütze in Sicherheit bringen. Oh, blinderer. Trämpf weiter! Und zum Teufel ist unsere Unterstützung! Und zum Teufel ist Parish! Spätsel! Wir haben keine Chance. Wir müssen verdammt nochmal verschwinden. Erinnert, noch ein Unfall. Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Mehr Nur noch etwas länger, dann haben wir es geschafft! Schaltet Sie auf! Das schaffen wir nicht, das war's! Lass Sie nicht näher kommen! Ich muss hier weg! Greifen! Vorweg! Feuer frei! Ne, 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 ne! Ach komm! Ich fahre nur in Deckung! Im Kampf gefallen! Hahaha! Ich muss unbedingt da oben irgendwie hinkommen. Zum Turm. Oder zu dieser Art, äh, Faststellung. Grady, komm schon! Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVA hier hereinstürmt! Schnell, ja! Die Norgs schützen ihren Angriff! Wir kommen nicht zu euch durch! Brechen durch! Zurück! Die KVA stürmt unsere Position! Wir können sie nicht lange aufhalten! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! Wir müssen sie aufhalten, bis diese Trucks fertig beladen sind! Verteilt euch! Behaltet eure Abschnitte im Auge! Sie brechen durch! Ich lauf direkt schnell mal. Zurück! Verschützt die Trucks! Ned, es tut mir leid, aber wir kommen nicht durch! Es gibt keinen Weg zu euch! Trainer, wie sieht es bei dir aus? Wir kommen einfach nicht durch! Überall sind Luftschiffe! Wir müssen uns zurückziehen! Scheiße! Verdammt, Jack! Okay, wir schaffen die Waffen raus oder sterben bei dem Versuch! Wir haben keine Chance! Wir müssen verdammt nur mal verschwinden! Wir haben keine Chance! Wir müssen verdammt nur mal verschwinden! Wir müssen uns zurückziehen! Wer ist noch da? So lange, wenn der Bär noch da ist, ist alles gut! Ich hab' den Granat hinterloft! HAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Hahahaha Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel! Ich bin der Kugel. Ich bin der Kugel. Ja ok, hab' verstanden. Feuer frei! Ja, ich brauch Munition. Los, los! Ok. Biss Munition hab' ich schon. Ach! Leiß dich zusammen! Nur noch etwas länger, dann haben wir's geschafft! Werter schafft, wenn ich das war! Verstanden! Lass' sie nicht näherkommen! Jodon! 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 Verstanden! Oh, was ist mit dir passiert? Im Kampf gefallen? Aber wahrscheinlich ist der Bär hochgegangen. Jodon! Brady, komm schon! Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVA hier hereinstürmt! Selbst hier spricht Parrish! Die Nox schützen ihren Angriff! Wir kommen nicht zu euch durch! Wir brechen durch! Zurück! Die KVA stürmt unsere Position! Wir können sie nicht lange aufhalten! Es sind zu viele! Wir haben keine Chance! So, den Bär setzt sich diesmal unten an. Und einen zweiten Bär... Na, weiß ich noch nicht. Achso, äh, ich bin zu schnell gewesen. Gut. Ich könnte theoretisch doch alles hier vermieden. Das ist noch ein Bär hier hin. Ich setze noch ein Bär da hin. Wir müssen sie aufhalten, bis diese Trucks fertig beladen sind. Ich hoffe, es ist alles... Verteilt euch! Behaltet eure Abschnitte im Auge! Sie brechen durch! Zurück! Beschützt die Trucks! Ned, es tut mir leid, aber wir kommen nicht durch! Es gibt keinen Weg zu euch! Dana, wie sieht es bei dir aus? Wir kommen einfach nicht durch! Überall sind Luftschiffe! Wir müssen uns zurückziehen! Scheiße! Verdammt, Jack! Okay, wir schaffen die Waffen raus oder sterben bei dem Versuch! Und hier ist noch ein Truck! Wir konnten einen Großteil der schweren Geschütze in Sicherheit bringen! Kämpft weiter! Und zum Teufel ist unsere Unterstützung! Und zum Teufel ist Parrish! Wir haben keine Chance! Wir müssen verdammt nun mal verschwinden! Sie kommen! Reiß dich zusammen! Nur noch etwas länger, dann haben wir es geschafft! Und selbst verschaffen wir nicht das Haus! Lass sie nicht mehr kommen! Gib mir Deckung! Was ist denn los, ne? Ich brauche eine bessere Deckung! Was ist das? HMM! Ticket! Warte raus! Wir haben gedacht, wir haben gewählt! Komm schon, Ned! Beeil dich! Das war's! Zu den Trucks! Zu den Trucks! Zu den Trucks! Wir sind fertig! Verschwinden! Ach komm! Nur weil da unten der Bär hochgegangen ist! Unfassbar! Ah! Haben mich die Flammen doch noch umgebracht. Okay. Brady, komm schon! Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVR hier hereinstürmen. Schnell, mir mal! Die Norg schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Zurück! Die KVR stürmt unsere Position! Wir können sie nicht lange aufhalten. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance. Bis diese Trucks fertig beladen sind. Verteilt euch! Behaltet eure Abschnitte im Auge! Ja, verdammt. Sie brechen durch! Zurück! Ihr könnt mich... Okay. Das wird schon. Brady, komm schon! Ja, immer mit der Ruhe. Wir müssen zu den Trucks, bevor die KVR hier hereinstürmen. Schnell, hier spricht Parish. Die Norgs schützen ihren Angriff. Wir kommen nicht zu euch durch. Zurück! Die KVR stürmt unsere Position! Wir können sie nicht lange aufhalten. Es sind zu viele. Wir haben keine Chance! Ein Bär dahin. Den anderen den... ... dahin. So. Ich brauche wahrscheinlich nur zwei Bären. Wir müssen sie aufhalten, bis diese Trucks fertig beladen sind. Verteilt euch! Behaltet eure Abschnitte im Auge! Sie brechen durch! Zurück! Beschützt die Trucks! Ned, es tut mir leid, aber wir kommen nicht durch. Es gibt keinen Weg zu euch. Dana, wie sieht es bei dir aus? Wir kommen einfach nicht durch! Überall sind Luftschiffe! Wir müssen uns zurückziehen! Scheiße! Verdammt, Jack! Okay, wir schaffen die Waffen raus oder sterben bei dem Versuch! Noch ein Truck! Wir konnten einen Großteil der schweren Geschütze in Sicherheit bringen! Kämpft weiter! Und zum Teufel ist unsere Unterstützung! Und zum Teufel ist Parish! Wir haben keine Chance! Wir müssen verdammt nun mal verschwinden! Reiß dich zusammen! Nur noch etwas länger, dann haben wir es geschafft! Ne, das schaffen wir nicht, das war's! Was ist das? Lasst sie nicht näher kommen! Kuck dir die Luft! Schute! Nachricht der Welt! So, wie geht ihr so? Wunderboden! Wunderboden! Durchschlafen? Huch doch da, ist doch sie! Un' Wunderboden! Ich muss nicht verliebern. Das war's! Zu den Trucks! Zu den Trucks! Was heißt das schnell? Wir sind fertig! Verschwinden wir! Zum Glück verschwinden wir! Die Trucks sind fertig beladen! Auf den Truck klettern! Also verschwinden wir von hier! Los 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 los! Zum Glück verschwinden wir! Woah! Goliath! Zurück! Zurück! Schaltet diesen Goliath aus! Wie zum Teufel sollen wir ihn aufmachen? Lass uns alle töten! Patronen richten nichts auf! Ich hab noch einen Raketenwerfer! Wir nutzen die Raketen! Wir brauchen mehr Bomben! Wir brauchen mehr Bomben! So! So! Okay, jetzt hab ich keine Raketen mehr! Okay, das ist ein... Welter mit Munition gewesen? Brady! Ich kann es nicht glauben! Du hast einen verdammten Goliath ausgeschaltet! Schnell! Sieh nach, ob das Gehirn immer noch intakt ist! Heather ist schon seit Monaten hinter einem Heer! Der geht zu Boden! Der geht verdammt noch mal zu Boden! Wow! Wir haben es geschafft! Brady, du Legende! Ich schieße! So flüchte aus dem Gebiet! Verdammt! Gute Arbeit, Brady! Und jetzt verschwinde von dort! Passe! Um sich auf! Observer! Ah, komm! Ich wollte den noch mit der Schrotflinte erschießen! Ah! Das ist unfassbar! Okay! Ja, das ist ein Hauptmission-Team schon! Schaltet diesen Goliath aus! Wie zum Teufel sollen wir ihn aufhalten? Er wird uns alle töten! Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Wir brauchen mehr Bomben! Zehn nach oben! Schnell noch mal aus! Stopp! Brady, ich kann es nicht glauben! Du hast einen verdammten Goliath ausgeschaltet! Schnell! Sieh nach, ob das Gehirn immer noch intakt ist! Hezel ist schon seit Monaten hinter einem her! Er geht zum Boden! Er geht verdammt noch mal zum Boden! Oh, wir haben es geschafft! Brady, du Legende! Das ist schon mal fertig! Nicht! Sind die nur zu zweit da? Wenn, dann will ich die auch mal alle blinder' gleich! Okay, einmal noch heilen! So! Okay! Bevor ich das Gehirn raushole, erst mal plündern! Ah, du bist für eine gute Sache gestorben! Klebebanden, Halsschrott, alles mitnehmen, was nicht nid- und nagelfest ist! Da oben! Ah, okay! Du bist auch für die gute Sache gestorben! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ein paar Dollars! Du hast nix! Aber da oben ist noch... Versteckt! ... ... ... ... ... ... ... Zündvorrichtung ist voll alles klar. So, zack. Mal schauen. So. Zack. Okay. Fünf Dollars. Was bist du denn für einer? Sieht aus wie ein Deserteur. Okay. Ja gut. Okay, das ist nett gewesen. Okay, wie er da liegt und brennt. Ah, armer Junge. Hatte Pech gehabt. So, das Gehirn entfernen. Verstanden. Gute Arbeit, Brady. Und jetzt verschwinde von dort. Warum nennt man das Gehirn? Nicht einfach, äh... Rechenkern oder so. So, jetzt das Ostengebiet entfernen. Okay, zu U-Bahn. Brady, hier spricht Parrish. Ich habe gehört, Ned hat es nicht geschafft. Oh, scheiße, Mann. Es tut mir leid, dass wir es nicht rechtzeitig geschafft haben. Spielt aber keine Rolle. Entschuldigungen machen ihn auch nicht wieder lebendig. Ich habe keine Ahnung, was wir ohne ihn machen werden. Aber wir müssen dafür sorgen, dass er nicht grundlos gestorben ist. Du hast das Gehirn. Das ist ein großer Sieg für uns. Okay. Ich möchte auf jeden Fall mein Zeug nochmal loswerden. Schön, dass du hier bist, Paul. Ey, ob hier nichts, äh, wäre. Wir kennen diese Stadt besser als Dinox. Wir sitzen am längeren Hebel. So, Wertsachen verkaufen. Okay, Ausrüstung, Kleidung. Ich denke, ich nehme, äh, ich nehme, äh, leichter Gurt für mehr Bewegung. Kokositzer, Spritzen, 50% schnellere Heilung durch Gesundheitskirchen. Okay, ne, die schnelle Heilung. So. Noch was hier? Verschwende keine Kugel. Nö, das mache ich nicht. Ihr habt auch nichts da an Batterien oder so? Okay, ein Gesundheitskit. Wir können diesen Krieg nur mit unseren eigenen Regeln gewinnen. Wir kennen diese Stadt besser als Dinox. Wir sind geladen und unsichert. Da nehme ich euch mal mit hier, alle. Bereit, wenn du es bist. Lass uns loslegen. Ah, ich kann nur vier Leute mitnehmen. Wir sollten die Nords beim Stützvon greifen lassen. Okay, ja. Ja, dann würde ich mal ab zur U-Bahn gehen. Wir schauen nochmal hier im Lager rein. Okay. Hab gehört, die Tragfixer werden wie kleine Mädchen geflüchtet. Äh. Äh. Okay. Man kann echt in den Köpfen reinschauen. Ja gut, äh. Abrichtung U-Bahn. Feuerlöscher? Ne, kann ich nicht mitnehmen. Reise zur U-Bahn. So, mal schauen, was... Okay. Mal schauen, was Neues zu berichten gibt's. Zack, ein bisschen Geld. Na, etwa ein toller Kerl. Und ein großartiger Anführer. Er starb im Kampf für seine Leute. Wir werden nichts, was wir heute an Waffen und Ausrüstung verloren haben, je ersetzen können. Ah, wir haben doch ein bisschen was gerettet. Oh, was haben wir da? Äh, Cox, äh... Ne, Cox, äh... Ne, Cox, äh... Filmidee. Meine erste Filmidee. Es handelt sich um einen internationalen Attentäter namens Cox, der es mit allem aufnimmt und eine wunderschöne Freundin hat. Es stellt sich heraus, dass er der Einzige auf der Welt ist, der eine Gruppe aufgetauter Nazis davon abhalten kann, eine tödliche Wettermaschine zu bauen, mit der sie Amerika vernichten wollen. Wie er das schafft? Mit Waffen. Titel, Cox und der Ärger. Meine zweite Filmidee. Der Nachfolger zu Cox und der Ärger, die wiederbelebten Nazis, haben ihre tödliche Wettermaschine fertiggestellt und Cox musste den tödlichen Supersturm daran hindern, Amerika zu zerstören. Dies macht er mit den tödlichen Werkzeugen seines tödlichen Gewerbes, äh, Gewerbes, Waffen. Äh, Cox, Titel, Cox und der Sturm. Meine dritte Filmidee. Der Nachfolger zu Cox und der Sturm Amerikas durch den tödlichen Supersturm eine postapokalyptische Einöde. Cox muss irgendwie die Ungleichen überleben im Verein und daran arbeiten, die Zivilisation wiederherzustellen. Wie macht er das? Mit Waffen. Äh, Titel, Cox und die Hoffnung. Okay. Interessante Filmidee. Ich kann es nicht glauben. So, hast du noch was zu sagen? Nenn mir eine Situation, in der eine Waffe nicht alles besser gemacht hat. So, Ausrüstung, Equipment. Ja, ich könnte mir noch... Kämpfen ist zweifelsohne nicht einfach. Ja, ich warte, bis ich die ferngesteuerte, äh, Ablenkung habe. Waffentechnisch. Okay. Diese Dinge kaufen sich nicht von selbst. Ja, immer mit der Ruhe. Hey, vielleicht gehe ich noch weiter erstmal auf die Kleidung ein. Weil so ein leichter Gurt für mehr Bewegungsgeschwindigkeit hört sich nicht schlecht an. Medizintasche auch nicht. Gestapelte Magazintasche. Das hört sich auch nicht verkehrt nicht an. Magazintasche, Bungee-Cover. Achso, 15% schnelleres Nachladen für alle Waffen. Langsam wird es langweilig, dich hier zu sehen. Mein Gott. Versuch, den Kugeln auszuweichen. Ja, du bist doof. Sollen wir mal schauen, was Burnett zu sagen hat. Du hast es zurückgeschafft. Das ist nicht vielen gelungen. Ned und die meisten seiner Leute sind weg. Ich schaue in die Zukunft, Brady. Und in dieser unsicheren Dunkelheit sehe ich ein vielversprechendes Licht. Die guten Taten, den Spaß und die Liebe, die wir alle verbreiten werden, während wir unser Leben genießen. Jeder Tod in diesem Konflikt lässt dieses Licht dunkler werden. Und dadurch verdunkelt sich die Zukunft für uns alle. Ich will einfach vor allem davonlaufen. Aber dann höre ich die Schmerzensschreie. Und ich kann es einfach nicht tun. Ich muss versuchen zu helfen. Ich gehe wieder an die Arbeit. Versuch, dich auszuruhen. Okay. So wie ich das sehe, müssen wir irgendwie ihre Drohnen umgehen. Hey, Brady. Hoffentlich konntest du dich ausruhen. Solltest du Parrish suchen. Er ist in der Einsatzzentrale. Hier spricht Manhattan Alpha. Wir müssen das durchziehen. Gut. Mir tut der nächste Knock leid, der mir über den Weg läuft. Schön, dass du hier bist, Freund. Ja, man merkt es auch, der Benötter ist schon ein bisschen angeschlagen durch diese ganzen Sachen halt. Aber versuch, weiterzumachen. Komm mal ein bisschen runter. Mal schauen, was der Parrish zu sagen hat. Irgendwann wird das alles tun. Wir müssen hier an den Generator an. Keine Angst, die Waffen werden nicht lange in den Kliniken bleiben, sondern gleich an die richtigen Leute verteilt. Gewalt erzeugt nur noch mehr Gewalt. Das ist eine Revolution, Doc. Ein Krieg. Für ein paar Dinge muss man kämpfen. Brady weiß das. Er hat es allein mit einem Goliath aufgenommen und dessen Gehirn rausgeholt. Jetzt bist ein Held, Kleiner. Was ist los, Dana? Wo warst du? Ich habe ein paar Verletzte in Norks erwischt und sie verhört. Und wie lief's? Ich spreche kein Koreanisch, aber ich schicke denen eine universelle Botschaft. Was heißt das? Was tust du denen an? Parrish, schalt Nork-TV ein. Das wird dir gefallen. Hallo und willkommen bei KAC. In ganz Amerika feiern die Menschen die Ergreifung des Terroristenanführers Benjamin Walker hier in Philadelphia. Heute wurde verkündet, dass Walker noch in diesem Monat in der Hall of Justice der Prozess gemacht wird. Glaubst du diesen Scheiß? Glaubst du diesen Scheiß? Wir suchen schon die ganze Zeit verzweifelt nach ihm. Und die sagen uns live im Fernsehen, wo er ist. Hall of Justice? Die heißt Independence Hall für mich. Endlich können wir etwas tun und müssen nicht mehr auf unseren Ärschen herumsitzen. Ey, wir retten Walker vor dieser Verhandlung und er wird die Revolution so richtig anheizen. Retten? Einfach so. Ich kenn den Ort, das ist die reinste Festung. Da muss bei dir was nicht ganz dicht sein, Burnett. Dein ganzer Optimismus rinnt dir durch die Hose. Ja, der Doc hat recht, das wird sicher schwer. Aber das Leben ist leider kein Ponyhof. Wir brauchen nur ein Ablenkungsmanöver, dann holen wir ihn da raus. Ich mag Walker, aber lohnt das Risiko für einen Mann? Doc, du verstehst das nicht. Die Leute wollen sich erheben, sie wissen es nur noch nicht. Ich wünschte, ich könnte es ihnen sagen, aber mir fehlen die Worte. Doch Walker nicht. Er weiß, wie man Leute erreicht, wie man ihnen zu verstehen gibt, dass ihnen nur ihre Angst im Weg steht. Sobald sie das verstehen, kann sie nichts aufhalten. Deine Revolution wird zu einem Blutbad. Glaubst du, man kann das noch friedlich lösen? Hör mal, dank Brady halten wir endlich ein Goliath-Hirn in den Händen. Wir stehlen einen Goliath und setzen ihm das Hirn ein und der wird für uns dann den Weg freimachen. Da bin ich ganz deiner Meinung. Und dann dürfen mal die anderen ein paar Arschschritte verteilen. Was? Die Verhandlung beginnt bald. Wir sollten endlich loslegen. Brady, bring das Gehirn zu Heather, unserer besten Ingenieurin. Sie wird rausfinden, wie das funktioniert. Heathers Labor ist in Ashgate, doch der Bezirk ist abgesperrt. Wir werden dich mittels Crawford einschleusen. Er ist ein Collaborator und auch nicht, wenn du verstehst. Er soll sich mit ihren Holloway treffen und etwas planen. Der Tunnel nach Holloway ist die Plattform runter und Stufen hoch. Viel, verbinde mich bitte mit Heather. Ich muss Crawford eine Nachricht schicken. Nach Holloway geht's hier entlang, Brady. Firefly, Firefly, hier ist Firly Alpha. Ich bin wirklich froh, dass du bei uns bist, Brady. Wenn ich sehe, was du so drauf hast, denke ich, dass wir wirklich eine Chance haben könnten. Brady, geh zur Roten Zone in Holloway. Ich melde mich dann bei dir. Firefly, Firefly, hier ist Firly Alpha. Hörst du mich? Okay. Die ganzen Ratten hier und so. Mal schauen. Ich soll nach Holloway gehen. Ja, ich denke mal... So, das hat nicht gewertet mit den Schocksoldaten. Okay. Naja, egal. Äh... Ich denke mal... Ja, das ist wunderbar für den Cut, denke ich mal. So, nächstes Mal heißt es dann auf dem Weg nach Holloway. Ansonsten... Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Und ich wünsche euch noch Etollfest. Ich wünsche euch noch Etoll nochmal Etoll von C mantmans. Ich wünsche euch noch Etoll dar. Und ich wünsche euch noch Etoll denominiert dir. 리ارan.